Hi Bolsonaro, wir haben uns im Leben nicht kennengelernt, aber im Tod finden wir einander bestimmt. Ich mache dieses Video, um dich erstmals zu begrüßen. Ich kannte dich gar nicht, aber als ich von dir gelesen habe, konnte ich wieder Hoffnung finden. Ich habe gefürchtet, dass die Menschheit nach mir was lernen würde, aber zum Glück war es nicht so. Hallo, heute wurde ich informiert, du kommst bald zu uns. Das freut mich sehr. Ich glaube, die Hölle wird dir ganz gut gefallen. Da sind viele Leute wie du und ich. Auch unsere Unterstützer kommen hierher nach dem Leben und macht dir keine Sorge. Hier sind nur Freikorps, keine Hossa Luxemburg, Milizien, keine Marielle Franco. Hier können wir endlich mal unsere Fantasien mit anderen Männern erleben und das ist sehr schön. Bolsonaro, du bist kein Präsident mehr. Jetzt wirst du ein richtiger Diktator. Ich bin stolz auf dich. Dein Sohn, der kleine Carlos, der ist doch kein Goebbels, aber ich mag seine Kommunikationsstile. Und ich muss dich ganz doll gratulieren, dass du endlich mal die Möglichkeit bekommen hast, deinen eigenen Genozid zu schaffen. Das Gefühl kenne ich auch, du weißt. Ich muss dir aber darauf hinweisen. Dieses andere Gefühl, das, was wir mit Massenmord von uns beiseitigen wollen, das Gefühl wird bleiben. Für ewig wird es da sein. Die Menschen haben uns unterschätzt, aber wir zeigen der Menschheit unseren Wert. Bolsonaro, ich freue mich auf dich. Dein Platz hier unten ist schon bereits. Nun, du füllst. Hast du nicht gewusst? Du wirst bei mir wohnen. Dein Zimmer hatte keine Heizung und es dauert 1000 Jahre, bis es repariert wird. Also, komm. Bis dahin haben wir viel Zeit, über unsere Kämpfe zu unterhalten. Unser Kampf gegen das System. Unser Kampf gegen allem und alles. Aber vor allem unser Kampf gegen wir selbst und was wir im Laufen unserer Leben geworden sind. Dein Adolf Abonniert Abonniert Vielen Dank.